Yo! Yo! Wo seid ihr? Äh, kurz unten beim Auto in Damerhaven. Ja, ich bin beim Würfelpark. Wo? Würfelpark! Ah, bist du wieder am Start, oder was? Ja, mein, also, ich muss hier aber weg, Mann. Mein Kopf explodiert gleich. Jo, was smokest du da, Mann? Hm? Gib mir auch nen Join, Mann. Hast du auch einen haben? Ja. Ich hab keinen mehr. Das war der letzte. Verdammt, Mann. Du hättest brüderlich teilen können, Mann. Zwei Züge oder so, weißt du, wie ich mein? So, wie sieht's aus, Isco? Was, das Heli oder was? What the fuck? Ja, die haben auch hinten bei der Straße da, äh, Silene, ich seh das von hier. Äh, die nächste Geisel, oder wie? So, machst du irgendwelche Faxen? Gehst du drauf? Hast du mich verstanden? Ja. Wie alt bist du? Ich meinst du. Wie alt du bist? Ich weiß ich. Gib mir deinen Ausweis, Mann. 11.11. Janik Suselhahn. Was das für ein beschissener Name, Mann. Nein, nix für. Wurde mir gegeben, weil ich kam aus der Toilette leider. Wie du kommst aus der Toilette? Ja, meine, meine Eltern wollten mich nicht. Dann haben die mich runtergespült und dann kam ich an irgendeiner Toilette raus. Dann wurde ich von denen zusammengeschlagen, die wir da waren und haben gesagt, ey, Suselhahn, der aus der Toilette kam. Oh, das ist ne traurige Geschichte, Mann. Ey, yo. Wie läuft's draußen? Alles gut? Ja, alles gut. Nur hier ist echt viel los, Mann. Hier sind viele Polizisten. Jo, verdammt. Krieg das hin, dass da weniger sind, Mann. Gib mir meine Knarre, Mann. Äh, soll ich die jetzt schon geben? Warum nicht? Jo, was wenn Schieß allein draußen passiert? Ich geb dir die wieder, Mann. Ja, ich vertrau dir, Isco, Mann. Ja, ich bin immer mit Marcel, Mann. Der kennt mich. So, Jungs. Ich hoffe, wir kommen ihr Leben davon. Aber was ist euer Plan? Wo wollt ihr hin abhauen? Ich hab ihn noch nicht bestraben, Mann. Oh. Und du? Ja. Jetzt haben wir ein Date zusammen, Mann. Ist ja mal romantisch. Ja? Ist ja romantisch. Komm mal her, komm mal her. So. Ne, Digga, mach ich nicht. Vergiss es. Warum? Ja, ich lutsch jetzt hier keinen so dämlich, Mann. Warum? Digga, mach ich dir keinen lutsch? Warum lutschen wir keinen? Digga, das sehe ich so aus. Und was, wenn ich sage, du sollst meinen lutschen? Ah, auf einmal hängt er da unten, ne? Auf einmal hängst du da unten, Mann. Das machst du sehr gut, verdammt, Mann. Das machst du sehr gut, Mann. Oh, verdammt, das musst du doch von deiner Mutter gelernt haben so gut. Kannst du das doch nicht machen, Mann. Die sind weg. Wir ziehen jetzt von hinten ab, okay, Sosa? Ja, okay. Okay, äh, wie machen wir das? Schau mal, Sosa, du fährst alleine und ich fahr mit Isco, Digga, ja? Du, weil du musst zum Ding. Wir treffen uns dann beim, äh, Geldwäsche, Digga. Das Geld kannst du behalten, Digga. Ich will davon nichts anfangen. So, wir werden jetzt einsteigen, ja? Isco, du fährst. Du fährst bei mir, du fährst alles vor, oder? Wo ist das Motorrad, wo ist das Motorrad? Oh, das ist gleich hier rechts, Digga. Haltet euch ganz rechts, haltet euch ganz rechts. Wie ganz rechts, wo ganz rechts? Hier, folgt mir, folgt mir. Die Geisel soll vormann. Neues Eichel. So, steigt ein. Jetzt, steigt ein, steigt ein. Steigt ein, Marcel, steigt ein. Steigt ein, Marcel, steigt ein. Steigt auf. Geht nicht. Jetzt. Verdammt, verdammt. Digga, gib Stoff, Mann. Weißt du, was ich jetzt mache? Hm? Guck dir das dir an. Verdammt, ich weiß selber nicht, was ich mache. Nein, nein, nein. Yo, oh. Was ein Move, Mann. Nein, warte, 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 warte. Verdammt, die kriegen uns nie, Mann. Sind die hinter uns? Ja, die schießen auf uns. Verdammt. Nein, nein, nein. Ja, oh Mann, mein Arsch, mein Arsch. Äh? Junge, die schießen mich ab. Ich hab ne Geisel, ich hab ne Geisel hinter mir. Das ist ne Geisel. Verdammt, jetzt krieg ich noch ne Strafzettel. Ich glaub, die sind weg, oder? Oh. Kliman, Motherfucker, Alter. Die sind weg, die sind weg. Die sind weg, die sind weg. Boah, Digga. Können wir da? Verdammt. Jetzt kommt jemand, die kommen wieder. Scheiße, die kommen wieder. Nein, nein. Die sind falsch gefahren, die müssen erst wieder umdrehen. Du hast jetzt nen richtigen Vorsprung, Mann. Wo fahren wir lang? Ich fahr gerade aus dem Berg hoch einfach. Digga, lass uns nicht los. Wo, 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 wo lang, wo lang? Hier hoch. Das ist ne Sackgasse. Fuck, 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 fuck. Wir müssen uns verstecken. Steig aus. Ja. Komm jetzt, komm jetzt. Wir müssen laufen. Ja, ja. Hast du was zu trinken? Ja. Wir müssen zum Waschhaus. Ich zieh meine Maske ab. Die wissen nicht, dass wir das waren. Weißt du? Hm? Fahr weiter, lass weiter. Warte, wir brauchen ein Auto. Da vorne ist eins. Parkplatz. Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich... Wohin? Wohin? Ja, zur Geldwäsche. Warte, ich ruf, ich ruf Dings an. Ich ruf Marcel an. Aber lass doch Geldwäsche gehen, oder nicht? Ey, geh nicht ran, Mann. Ja, lass doch Geldwäsche gehen. Ja, ja, ja. Fahr... Mach hier im Navi. Oh Mann, du Dummkopf, Mann. Helikopter. Wer ist da draußen gewesen mit Helikopter? Polizei, Helikopter. Nein, oder? Doch. Warte, ich geh raus, ich ergeb mich. Bleib hier drinnen. Du bist meine Geise, du bist meine Geise. Ja, das wird niemals funktionieren. Ich ergeb mich einfach. Nein, 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 nein. Du kommst mit. Ja, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Aber es geht nicht. Warte noch. Warte noch. Vielleicht gehen die weg. Vielleicht gehen die weg. Du hattest doch Maske auf. Die wissen das gar nicht. Die wissen das gar nicht. Ja, stimmt. Oh, jetzt bin ich so ein Opfer hier. Lass sie erwarten. Wenn sie reinkommt, töte ich sie. Hey, zieh dich aus, zieh dich aus. Komplett nackig. Wir sagen, wir haben da drinnen schmutzige Dinge getan, weil wir da alleine sind, weißt du? Du musst mitspielen. Ja, ich sag einfach. Ja, ja. Mann, ich kam aus der Toilette. Ich mach nur schmutzige Dinge. Gehen weg. Siehst du, hab ich gesagt. Ach, der war's. Ja. Was wollen sie von uns? Gehen bleiben. Hä? Was wollen sie von uns? Ja, ähm. Bleiben Sie mal da stehen. Wir kommen mal ganz kurz runter zu Ihnen, ja? Kommen Sie mir. Ja. Was wollen Sie denn von uns, Herr Officer? Was machen Sie denn hier so Schönes? Sag Sie mal. Ich... Wir haben ein paar... Ist doch privat, was Sie da gemacht haben. Nee, das ist nicht privat. Okay. Wir haben 69 da drinnen gemacht. Warum sind Sie überhaupt nackt? Weil wir 69 gemacht haben. Hier ist wissentlich eine Schwarzgeldwäsche. Schwarz... Ich hab aber kein Geld gewaschen. Ja, das könnten Sie jetzt so sagen, ne? Es ist Ihr Wagen. Alter Schwede, wie viele Leute sind denn hier? Darf man nicht mehr schmutz sein? Ja, wir sind halt die Polizei, ne? Also... Wenn Sie irgendeinen... Was für ein Tatverdacht denn? Guten Abend. Was für ein Tatverdacht? Ja? Ja? Ja, ganz einfach. Wir sehen, Sie hatten ja Geldwäsche mit dem Fahrzeug. Wie da jemand reinläuft. Es ist Ihr Fahrzeug. Was? Äh... Das da vorne? Ja. Äh... Einer von Ihnen ist da... Der Mann, der mit der schwarzen Unterhose ist da ausgestiegen hat. Hab ich gesehen. Ja, kann... Er kann er sein. Ich war unterwegs. Ich war mit... Zu Fuß. Wir waren zu Fuß. Ja. Sind Sie nach ihm reingegangen? Äh... Nee, ich bin Feuer. Äh... Es war sogar zu weit kein Besitzer. Ja, ja, ja. Das hab ich schon gecheckt. Im Heli. Ja. Gut. Dann, äh... Bekommen wir mal von beiden den Ausweis. Hä, warum? Wie kontrollieren Sie beide? Warum? Was hab ich denn gemacht? Weil Sie der Polizei ausweispflichtig sind. Ey, ich zeig Ihnen gar nichts, Mann. Ich kann meine Monatskarte von Verwick nochmal McDonalds zeigen, aber meinen Ausweis zeig ich Ihnen nicht. Sie können auch um die Ecke gehen und ich zeig Ihnen meinen Schwanz. Sind beide erstmal verdächtigte im Strafverfahren, Herr Suselhahn und Herr Soßer. Warum? Was hab ich verbockt? Kann ich einmal bitte um? Warte, nein, nein, nein. Hier läuft was ganz schiefes. Ich ruf meinen Anwalt an. Ich hab nicht mehr was verbockt, verdammt, Mann. Ihr Drecks kommst, verdammt, Mann. Ihr kriegt nie wieder einen Donut von mir, Mann. Scheiß auf euch, Mann. Provozier mich nicht, Mann. Mach mir die Handfesseln ab und ich hol dir ein Ding, verdammt, Mann. Na, was ist denn los, hä? Auf einmal läuft's doch, verdammt. Einer trägt ihn mal bitte zum Auto und setzt ihn rein. Hey, yo, was soll das? Komm, ich bring dich mal zum Auto. In den Ram. In den Ram. In den Ram. Also, wollen Sie mich für was festnehmen, wofür es nicht mal einen Verdacht gibt? Also, Sie haben keinen Tatverdacht, wollte ich nur mal erwähnen, ne? Ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Was ist überhaupt passiert, Mann? Ich hab nicht mal was gemacht. Warum werd ich festgenommen, Mann? Sie wollen ein Foto von mir machen? Das hab ich Ihnen schon wieder einfach erklärt. Wer ist das denn da drinnen? Schauen Sie mal in meine Richtung, hallo? Ja? Sie da vorne, schauen Sie mal in meine Richtung her. Ja? Können Sie vielleicht mal die Brille abnehmen? Ja, warte. Machen Sie mal meine Brille ab. Ey, Mann. Geh, ich ging gleich wieder. So. Ey, den kenn ich, Digga. Den kenn ich. Boah, kennst du mich? Den hab ich letztens im Puff gesehen. Wie im Puff? Ja, ja, ein Puff. Ja, ja. Der, der... Ey, ja, der hat da sich mit, äh... Der ist da mal ab und zu der Stammgast dort, ne? Ja, kann sein, dass ich da manchmal bin und deine Mutter auseinandernehme, Mann. Du Arschloch, Digga. Was soll das jetzt heißen? War ein Spaß, Mann. Digga. Also, ich will ja nix sagen, ne? Aber Herrn Sosa, Herrn Eris, wir haben Sie schon des Öfteren mal bekommen, wie Sie beide zusammen Aktionen gestartet haben. Also, ich kenn ihn nur vom Puff, Kai. Kann sein, dass wir im Puff mal Aktionen gestartet haben, und dass ihre Mutter da auch mal dabei war. Vielleicht bei so einer Dreier-Session. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ihr könnt die beiden mal in die Zellen stecken... Hey! Hey, Herr Officer, ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Was wollen Sie von mir, Mann? Olaf Scharf ist schuld. Herr Officer, ich glaub, hier... Sie werden von meinem Anwalt noch hören. Ich sag's ihm so, wie's ist. Das können Sie... Machen Sie die Zelle auf, Mann. Die Sachen. Yo, verdammt! Yo, Mann, yo, Mann. Nicht diese Zelle, Mann. Da hat jemand reingeschissen, Mann. Nein, suchen wir jetzt mal eine andere Zelle. Yo, die hat ja letztlich reingekackt, Mann. Ja, kommen Sie in der Fieger, bevor Sie sich schon... Verdammt, Mann. Was soll die Scheiße hier, Mann? Ihr redet voll nach Kacke. Ey, yo, der eine Typ hat sich in die Hosen geschissen, Mann. Sie müssen seinen Arsch untersuchen. Sosa, Ruhe jetzt. Vertrauen mir, Mann. Der hat sich in die Hosen gekackt. Egal. Der hat sich in die Hosen geschissen, Mann. Schauen Sie nach. Der arme Mann bringt Ihnen eine neue Unterhose oder so. Scheiße in der Hose. Scheiße in der Hose. Na, wie fühlt sich das an, hä? Ganz Hose voll, voll geschissen, verdammt, Mann. Ich kann auch Panzerband holen, wenn's nicht anders geht. Was? Ich kann auch Panzerband holen, wenn's nicht anders geht. Na, lass mich in Ruhe, Mann. Scheiße in der Hose. Scheiße in der Hose. Jo, der Typ hat sich in die Hosen geschissen. Hat so ne fette Wurst in der Hose, Mann. Der kann gar nicht laufen.